Gesichtsmasken sind ein Zeichen der Zeit. Wir haben wahrscheinlich alle mindestens eine und sehen sie jeden Tag auf der Straße, in Geschäften und an den meisten öffentlichen Orten. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auf absehbare Zeit weiterhin der Fall sein wird. Zu Beginn der Pandemie machten Millionen von Menschen sie zu Hause. Aber jetzt stellen viele Druckanbieter ihre Farbsublimationsdrucker auf die Massenproduktion von Gesichtsmasken um, damit die wachsende und anhaltende Nachfrage gedeckt werden kann. Die Farbsublimation hat für diese Anwendung viele Vorteile. Nicht nur, dass die Gesichtsmasken zu 100 Prozent waschbar und wiederverwendbar sind, was natürlich extrem wichtig ist, sondern sie können auch dekoriert und personalisiert werden. Die Form kann auch angepasst werden, um einen Schal oder ein Kopftuch herzustellen. All dies macht sie viel attraktiver. Für sie als Druckanbieter bieten sich dadurch die Vorteile einer Massenproduktion für ein lohnenswertes Geschäft, bei immer gleichbleibender Qualität und gleichzeitig genügend Spielraum, um neue Kunden zu gewinnen und den Umsatz weiter zu steigern. Die Myto-Modellreihe der Sublimationsdrucker reicht von 108 Zentimeter bis 260 Zentimeter Breite. Vom Einstiegsmodell bis zur Massenproduktionsmaschine werden alle in Japan hergestellt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und entdecken Sie die Möglichkeiten der Sublimationsdrucker für die Gesichtsmaskenproduktion.